Moin YouTube, liebe Uhrenfreunde, ja richtig, es ist mal wieder soweit. Ich möchte euch heute die Blue Planet vom chinesischen Hersteller Siga Design vorstellen. Und wie ihr hier an der Verpackung erkennen könnt, ist es keine x-beliebige AliExpress-Uhr, sondern etwas ganz besonderes. Hier das Zifferblatt zeigte schon und ich finde die Uhr passt auch sehr gut zum Roman Der Schwarm. Da gab es ja gerade die Serie im ZDF und die hat mich inspiriert auch noch mal in das Buch herein zu gucken. Und die Uhr hat auch einen besonderen Preis gewonnen, nämlich den Grand Prix Dorologie de Genève, ein renommierter Uhrenpreis. Und das zeigt schon, dass es mit dieser Uhr etwas Besonderes auf sich hat. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Wir kommen zurück. Ja und auch die Verpackung ist etwas anders gestaltet als normalerweise. Keine simple Uhrenbox, sondern eine Art Buch in einem Schuber. Und wenn man dieses Buch dann aus dem Schuber herausholt, dann kann man darin tatsächlich blättern. Siga Design hat das Thema blauer Planet und das, was mit unserem Planet geschehen ist oder geschehen wird. Da habt ihr auch ein bisschen was zu lesen. Ganz wichtig ist dann aber dieser Slogan Mankind has only one Earth und wir sollten eben auf unsere Erde aufpassen. Und sie loopt auch schon ein wenig hervor hier. Und wenn wir jetzt noch einmal umschlagen, dann sehen wir das Gehäuse und das mitgelieferte Band. Und wenn wir jetzt noch einmal umblättern, dann finden wir hier eine Bedienungsanleitung. Dort wird gezeigt, wie man die Uhr abliest, wie man das Band anbringt und wie man mit der Uhr umgehen sollte. Und hier ist die Uhr in ihrer ganzen Pracht. Bevor wir auf dieses besondere Design nochmal etwas näher eingehen, zunächst einmal die technischen Daten. Wir haben einen Durchmesser von 46 Millimetern. Ja, da höre ich schon den einen oder anderen Schreien, oh Gott, viel zu groß. Aber man muss berücksichtigen, dass wir hier keine Hörner haben. Das heißt, auch die Länge der Uhr beträgt dann nur 46 Millimeter und sollte damit auch an kleineren Handgelenken gut zu tragen sein. Die Höhe der Uhr beträgt knappe 16 Millimeter, also doch ganz ordentlich. Das ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier ein schön gewölbtes Saphirglas haben, das so ein bisschen wie die Atmosphäre über dem Globus liegt. Ihr seht schon, das Gehäuse ist schön satiniert. Der Anstoß beträgt 22 Millimeter und wir haben ein Gewicht von etwa 110 Gramm bei der Stahlversion, so wie ich sie hier habe. Das Ganze gibt es dann auch noch mal mit Titan-Gehäuse, dann ist die Uhr etwa 20, 25 Gramm leichter. So, nachdem wir jetzt die technischen Daten abgefrühstückt haben, gehen wir jetzt etwas näher auf die Uhr selbst ein und da sticht natürlich dieses Zifferblatt besonders hervor. Wir haben hier den Indischen Ozean und seine Anrainerstaaten beziehungsweise Kontinente abgebildet. Das sollte nicht verwundern, dass Sieger Design ja ein chinesisches Unternehmen ist und von daher haben sie sich für diesen Teil der Erde entschieden. Das Ganze ist sehr filigran gearbeitet. In Handarbeit, sagt Sieger Design, wir fliegen jetzt einfach mal kurz in das Zifferblatt hinein, dann habt ihr noch mal eine bessere Vorstellung, wie das Ganze gearbeitet ist. Und das ist einfach dieser Hingucker, dieser Wow-Faktor, den die Blue Planet mit sich bringt. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie lese ich denn die Uhrzeit ab? Und das ist ähnlich wie bei einer Einzeigeruhr, nur einfacher, wie ich finde. Denn wir haben hier nur einen Zeiger und das ist diese Kompassrose hier, die sowohl die Minuten als auch die Stunden anzeigt. Das Ganze funktioniert so, wenn ich jetzt hier mal die Krone ziehe, die ist im Übrigen nicht verschraubt, weil wir nur eine Wasserdichtigkeit von 30 Metern haben, dann kann man hier den Minutenring drehen und dabei dreht sich dann auch der Globus mit. Also wenn man sich da erst mal dran gewöhnt hat, dann ist es kein Hexenwerk, hier die Uhr abzulesen. Natürlich nichts für die Nacht. Wir haben hier keine Leuchtmasse verbaut, da sollte schon entsprechendes Licht vorhanden sein. Aber ich finde auch, dass die Ziffern des Minuten- und Stundenrings jetzt nicht einfach nur aufgedruckt sind, sondern tatsächlich aufgelegt und damit auch mit dem Licht viel besser spielen können, erhöht das auch noch mal die Ablesbarkeit der Uhr. Ich hatte es eben schon angedeutet, Ziger Design hat ein spezielles Werk verbaut. Sie sprechen davon, dass Sie es selbst entworfen haben. Wie ich das einschätze, handelt es sich hierbei um ein 28-24-2-Klon eines ETA-Werks, das dann eben entsprechend noch mal verändert worden ist, um diese 390 Grad Drehung des Minutenrings bei einem Umlauf hinzubekommen. Und das ist eben das Besondere hier an diesem Werk. Wir haben unten ein Mineralglas, dort können wir dann eben in das Werk hinein gucken. Wir haben hier dann noch mal wie üblich auch ein paar technische Daten auf der Rückseite. Wir haben hier auch ein Schnellwechselsystem, das es sehr einfach macht, das Band zu wechseln. Das Band selber gebrandet mit Ziger Design. Genauso wie die Dornschließe hier. Auch alles schön passend zum Gehäuse. Das Blau des Bandes spielt eben mit dem Blau des Ozeans. Jetzt noch mal die Uhr an meinem Handgelenk. 18,5 Zentimeter im Umfang auf der linken Seite. Eine Auflage Länge von 54 Millimetern. Das gibt euch so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie sich die Uhr trägt. Ich habe auch noch mal ein paar Aufnahmen von draußen. Ja, für wen ist jetzt die Blue Planet von Ziger Design geeignet? Sicherlich nicht für jemanden, der eine Alltagsuhr sucht. Das sollte klar sein. Sondern eher für jemanden, der schon einige Uhren besitzt und vielleicht noch irgendetwas Besonderes in seiner Sammlung haben möchte. So würde ich das Ganze sehen. Denn diese Uhr ist ein ganz klarer Conversation Starter, wie man so schön sagt. Sie bringt einen eben ins Gespräch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, mit der Blue Planet auf ein Uhrentreffen zu gehen. Und damit würde ich sicherlich auffallen. Und das bringt einen dann, wie gesagt, eben ins Gespräch. Und man kann dann sehr schön über sein Hobby fachsimpeln. Preislich vielleicht etwas ambitioniert, auch gerade im Vergleich zu den anderen Uhren von Ziger Design, die so in der Größenordnung zwischen 300 und 400 Euro liegen. Hier liegen wir bei knapp 1.000 Euro für die Stahlversion. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber wenn man dann mal bedenkt, was hier an Design dabei ist, das veränderte Werk, dann relativiert sich das auch in gewisser Weise wieder. Wir haben hier eben nicht diese typische AliExpress Uhr, die man irgendwie im Angebot 450 Euro bekommt. Das sollte auch klar sein. Ziger Design bietet nur, muss ich sagen, zwölf Monate Garantie. Das ist schade. 24 Monate werden sicherlich angemessener. Das Gute ist aber, dass Ziger Design die Uhr inzwischen auch über Amazon vertreibt. Und ich gehe davon aus, dass es auch entsprechende Lagerbestände hier in Europa gibt. Das heißt zum einen, wenn ihr euch durchringen solltet, die Uhr zu bestellen. Links findet ihr übrigens im angepinnten Kommentar. Dann habt ihr die Uhr tatsächlich in wenigen Tagen bei euch. Ganz normal wie bei einer normalen Bestellung über Amazon auch. Und sollte mal etwas mit der Uhr sein, dann gehe ich eigentlich auch davon aus, dass der Service relativ schnell geht. Dass gegebenenfalls auch ein Austausch der Uhr aus Europa heraus passieren sollte und ihr da nicht wochenlang auf die Lieferung aus China warten müsst. Außerhalb der Garantiezeit sollte das Werk auch keinen Uhrmacher vor große Herausforderungen stellen. Wie gesagt, es ist ein Klon eines 2824-2 von ETA. Klon hört sich jetzt immer ein bisschen schlimm an für diejenigen, die sich da nicht auskennen. Die Patente von ETA auf das Werk sind abgelaufen. Jeder kann dieses Werk nachbauen und sehr, sehr viele Unternehmen haben das inzwischen auch getan. Und das Werk ist bei vielen Unternehmen dann auch die Basis der sogenannten Inhouse-Werke, der Manufaktur-Kaliber. Sieger spricht ja auch von einem eigenentwickelten Werk. Dadurch, dass sie eben diese Veränderung hier vorgenommen haben. Zum Schluss jetzt aber die Frage alle Fragen. Wie seht ihr denn dieses Uhrendesign? Findet ihr auch, dass es etwas Besonderes darstellt? Oder habt ihr eher das Gefühl, dass es eine Uhr aus dem Kaugummi-Automaten? Ich könnte mir vorstellen, dass da die Meinungen durchaus auseinander gehen. Würde mich aber freuen, da eure Meinung entsprechend in den Kommentaren zu lesen. Einfach wie gesagt, wie findet ihr diese Uhr? Und wie gesagt, hier die Stahlversion. Titan gibt es auch noch. Und ganz neu jetzt das Modell hier in schwarz mit goldenen Indizes bzw. Ziffern. Ich blende hier noch mal ein Bild ein. Für all die, denen diese Stahl- oder normale Titan-Version etwas zu schlicht daherkommt. Die hätten hier auch noch mal die Möglichkeit, ein anderes Modell zu wählen. Ja, das soll es aber gewesen sein. Hierzu der Blue Planet von CIGA Design. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt Moin YouTube, liebe Uhrenfreunde. Bis dahin. Tschüss.